Mein Name ist Felix Seyer und bei mir bekommen Sie alles, was mit Wasser, Wärme, Luft und Klima zu tun hat. Die Firma Seyer gibt es seit mehr als 50 Jahren. Wir sind ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Mein Vater Siegfried Seyer hat als Allmannbetrieb die Firma gestartet. Mittlerweile haben wir nicht nur über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch eigene Hauswasserstationen, Wasseraufbereitungsanlagen und Armaturen im Angebot. Bei uns arbeiten Sie mit Technikern vom Fach, die etwas von der Sache verstehen und ihre ganze Leidenschaft für dieses Thema mit einbringen. Bei uns ist vieles anders als bei anderen und das fängt schon bei der Planung an. Grobe Schätzungen über den Daumen gibt es bei uns nicht. Mit moderner 3D-Scan-Technik erstellen wir ein virtuelles Modell von Ihrem Haus. Sie können schon vor Projektbeginn sehen, wie später alles aussieht und können Ihre Vorstellungen und Wünsche bei der Planung mit einbringen und mit wenig Klicks am Computer das Ergebnis anschauen. Immer mit dabei ist ein Ansprechpartner, der vom Fach ist und Sie von A bis Z betreut, Ihre Fragen beantwortet und für Sie da ist. Auch was das Thema Zuschüsse angeht, sind Sie bei uns in besten Händen. Wir kümmern uns um die Antragstellung und holen für Sie das Maximum an Fördermittel heraus. Sie können sich entspannt zurücklehnen. Unsere geprüften und qualifizierten Monteure legen viel Wert auf akkurate Arbeit. Wir sind breit und dennoch flexibel aufgestellt und wenn es ein Problem gibt, ist sofort jemand zur Unterstützung da. Termine werden bei uns eingehalten. Wir verwenden nur hochwertige Materialien und legen genug Abträckmaterial aus, damit Ihr Zuhause nicht zur staubigen Baustelle verkommt. Alle Arbeiten kommen aus einer Hand und Sie werden von einem Ansprechpartner durch das Projekt begleitet. Unsere oberste Regel ist, wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. Eines ist uns über die ganzen Jahre immer wichtig geblieben. Viele Betriebe bauen den Heizkessel oder die Dusche nur noch ein und sind dann weg. Wir bleiben, auch nach dem Einbau, treu an Ihrer Seite, betreuen Ihre Anlagen und kümmern uns um den Service, damit alles zuverlässig und langlebig funktioniert. Wir lassen unsere Kunden nicht im Regen stehen. In Notfällen sind unsere geprüften Kundendiensttechniker vom Bereitschaftsdienst rund um die Uhr für Sie zur Stelle. Deshalb schenken uns auch viele Firmen aus der Region ihr Vertrauen. Zum Beispiel die Schapfenmühle in Ulm, die Universität Ulm oder Milchwerke Schwaben. Wir bilden überdurchschnittlich viele junge Menschen aus und stärken damit den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Region. Bei Sire setzen wir uns für Madonna und umweltfreundliche Lösungen und mehr Nachhaltigkeit ein. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen in Ihrem Zuhause und es genießen können, sobald Sie zu Haustüren hereinkommen. Wir freuen uns darauf, Ihr Traumprojekt mit Ihnen zu verwirklichen.